Viel Probleme gibt's im Leben, manche Rätsel tut es geben, teils dem Großen, teils dem Kleinen, die sich nicht zusammen reimen. Und man fragt sich immer wieder, wie funktioniert denn dies nun wieder? Worin steckt denn hier der Sinn und warum haut das nicht hin? Meine Antwort aufzufragen, will ich euch ganz offen sagen. Man braucht nur Mut und Fleiß, Druck tut euch nichts beschweren. Was man nicht selber weiß, das muss man sich erklären. Was man nicht selber weiß, das muss man sich erklären. Was man nicht selber weiß, das muss man sich erklären. Was man nicht selber weiß, das muss man sich erklären. Was man nicht selber weiß, das muss man sich erklären. Was man nicht selber weiß, das muss man sich erklären. Vielen Dank.